hallo hier ist der martin von meinem bank ist das die dachsanalyse für nun donnerstag den 17 sind 2024 schon zum mittwoch ist unser dachs auf der unterseite rausgerannt oder hat zumindest es versucht dann ist ihm offenbar der feil schon aufgegangen und dann kam hier nicht weiter wir hatten uns ja darüber unterhalten wie konträr die situation ohnehin wirkte ja durch dieses umkehrsignal auf tagesebene untergeordnet das aber eher wirkte wie erst dreht er sich wieder hoch und macht das da wie vor zwei wochen wo auch den dienstag so schwach gehandelt hat dann mittwoch nur zur seite ging und dann doch wieder hoch trete und hatten eigentlich das so ein bisschen auch erwartet ja so entweder der schiebt einfach den ganzen tag oder den halben tag zur seite drückt sich dann mit den amerikanern oben raus das haben wir nicht gesehen haben wir haben den zeitverzahndel gesehen allerdings unten und unten hat man gesagt wäre für ein negatives szenario interessant wenn er an die 400 zurückläuft von dort die 480 anläuft und sich dort dann abstößt nach unten neue tiefs bringt und in abwärtstrend reihenfolge geht irgendwie hat das nicht richtig zugehört beides versucht zu kombinieren weil es nicht sinn und zweck der veranstaltung oder auch nicht sinn und zweck der vorstellung beider szenarien dass er dann mittelding draus dreht wir sehen sie ihm nach manchmal ist halt nicht die hetze kerze auf der torte aber soll 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 egal sein für uns ist nur wichtig jetzt zum donnerstag ist zb das heißt es ist jetzt gar nicht so gravierend wichtig ob die zinsen erhöht oder gesenkt werden wichtig ist es steht ein termin mit hoher volatilität oder mit volatilität potenzial an sagt man es mal so ja das heißt wenn der markt könnte sich jetzt hier durchaus frei bewegen und hätte können wir es so wie wir es gestern besprochen haben 1 zu 1 weitermachen hätte hier das potenzial auch nach wie vor eben gerade durch diese seitwärts bewegung die wir haben im oberhalb von der 500 dann einfach wieder zurück zu steigen kann er wieder locker in die 560 weiter in die 600 weiter die 650 neues hoch nachstellen würde sogar zum donnerstag schon reinpassen also wenn der druck rein kriegt lass dem nach oben raus ein bisschen platz kann er machen aus der situation rücklauf eingeleitet abgedreht abgefiltert wir gucken gleich auch in tagesschart oder machen es direkt ja also das der nimmt dem umkehrsignal richtig stress raus also das zeigt schon fast eher wieder nach oben um unten zu zaubern muss halt die 400 raus auch da wäre die basis dafür eigentlich geschaffen er hat sich jetzt auf tagesschart das umkehrsignal gestellt oder hatte auch wenn es jetzt nicht bestätigt aussieht aber er hat es gestellt ist jetzt an die 400 gegangen hatte 480 per rücklauf das wollte für den abwärts gut aber er hätte dann jetzt auch neues tief dann liefern müssen bringt er das uns jetzt zum donnerstag noch legt sich unter die 400 geht hier der platz auf bis 300 bis eigentlich auch 200 150 und das wäre so auch mein zielbereich den ich dann hier einpeilen würde dass man so sagt man vergleicht vielleicht die beiden bewegungsabschnitte nachher miteinander und da kommen wir schon so in den dreh um 19 1 50 und das sogar schon dann vielleicht zum donnerstag je nachdem wie viel mühe es sich gibt freitag ja vielleicht eher dann freitag donnerstags vielleicht ein bisschen übertrieben aber dann können wir zum donnerstag 300 abklappen die 200 und dann muss er sich halt mühe geben dass er da unten nicht komplett nach oben hoch wieder zurück rammelt aber ich würde so wie gestern handhaben wenn er oberhalb der 500 sich nach oben raus drückt der kann hier locker wieder neues hoch rein stellen also bis 650 durchschieben ist überhaupt kein problem mehr aus der konstellation heraus ist er hätte schon zum mittwoch bringen können hat aber nicht ja wir hatten gesagt dass er da vormittag zur seite und dann mit den amerikanern jetzt hat er den ganzen tag zur seite gemacht ändert aber an der bewegungsabfolge so nichts an diesem abflachen der bewegung was mir ein bisschen wichtig war auch wenn er da jetzt unten die 400 so ein bisschen angekratzt hat aber dann müsste halt auch drunter um unten raus wieder ein bisschen mehr negatives signal reinzubringen und deswegen kann man es einfach machen über 500 zwischen eher aufwärtsgerichtet richtung 560 richtung 600 richtung 650 und unterhalb von 400 gibt es risiko aufrichtung 300 220 200 da bis gar sogar 1 50 runter aber das dann wahrscheinlich freitag wirklich erst ist vielleicht ein bisschen bisschen dolle viel angesetzt für den donnerstag naja vergesst die ezb-sitzung nicht also in dem zeitraum ja gerade ums us oben herum dann die ezb-sitzung vorher der zinssatzentscheidern nach die pressekonferenz das können ein bisschen rumpellen na auch wenn es denke ich nicht großartige überraschung geben wird sollte man dennoch mit darauf achten und ja mir bleibt mir gar nichts zu sagen wünsche euch viel erfolg ach so vielleicht der eine hinweis noch ist es auch noch verfallswoche gerade verfallswochen haben häufig ein tag vorher am donnerstag sieht man ganz oft ich gucke ja ja dritter freitag montag ist jetzt der 18 das heißt morgen der 17 10 ist der letzte handelstag vom kleinen verfall vorm kleinen verfall nicht der letzte handelstag sondern wirklich der letzte handelstag vorm verfall und da sieht man häufig dass dort dann auch verfallsbedingt das größte geschiebe stattfindet dann dieses so hin und her gerupfen auf welchen positionen dieses rumreißen am kurs das sieht man wenn verfallstagsgetrieben irgendwo was passiert meist am donnerstag und dann jetzt mit ezb noch hat denke ich mal potenzial hier ein bisschen durch die gegend zu springen ja von daher nicht zu doll gegen boxen guck mal wieder wieder reinkommt über 500 für mich aufwärts unter 400 das risiko unten kurse marken sind bekannt macht was draus viel erfolg gutes gelingen und dann bis morgen tschüss bis morgen tschüss